Mein Name ist Armin Schimala. Ich bin seit einem Jahr Leiter des Qualitätsmanagements bei Grundig Business Systems in Bayreuth. Qualität made in Germany zu fertigen, bedeutet für uns alle eine persönliche Verpflichtung, für unsere Kunden Diktiersysteme in bester Qualität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt selbstverständlich auch für alle Produkte, die wir im Rahmen der Auftragsfertigung in Bayreuth produzieren. Das Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter haben wir in den letzten Jahren stark verbessert, unter anderem durch unser Whiteboard, auf dem die Mitarbeiter online den aktuellen Stand der Aufträge sehen können. Durch die farbige Gestaltung ist einfach zu erkennen, ob alle Parameter im grünen Bereich sind. Die Qualität unserer Zulieferer wird durch unser Lieferantenmanagement überwacht. Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten, die bevorzugt aus der Umgebung kommen, zusammen. Durch regelmäßige Audits vor Ort prüfen wir die Qualität ihrer Prozesse und Produkte. Wir sind nicht nur nach DIN ISO 9001 zertifiziert, sondern nach den strengeren Normen der Automobilindustrie, der TS 16949. Sollte es dennoch zu einem Garantiefall kommen, reagieren wir schnellstmöglich. Denn wir wissen, dass unsere Geräte für unsere Kunden, egal ob Anwalt oder Arzt, ein wichtiges Hilfsmittel sind. Die Statistik zeigt, dass die Dauer unserer Garantiereparaturen beständig bei circa 2,5 Tagen liegt. Wie Sie sehen, tun wir hier alles, um für Sie auch in Zukunft ein verlässlicher Partner zu sein und Spitzenqualität made in Germany von hier in Bayreuth zu liefern.